Willst du heute lernen, wie man Sätze mit Relativpronomen macht? Dann bist du hier richtig. Am Schluss gibt es noch tolle Übungen für dich. Das ist ein Mann, der einen Ferrari hat. Das ist ein Mann, der kein Fahrrad hat. Das ist der Mann, dessen Ferrari kaputt ist. Das ist der Mann, der auch ein Motorrad hat. Kaffee ist ein Getränk, das ich jeden Tag trinke. Das ist das Buch, das ich jeden Tag lese. Das ist die Frau, deren Hund so süß ist. Das sind die Geschenke, die ich gekauft habe. Das sind die Touristen, die in der Schweiz waren. Das ist das Restaurant, das mir so gefallen hat. Ist das die Frau, der die Bilder des Museums gehören? Ist das der Mann, der zwei Söhne hat? Das ist der Singkurs, den ich machen will. Das sind die Bananen, die ich gestern gekauft habe. Das sind die Bananen, die ich gestern gekauft habe. Es ist Zeit für eine Quizfrage. Bist du bereit? Bilde einen Relativsatz. Das ist meine Großmutter. Sie ist krank. Das ist meine Großmutter, sie ist krank. Die richtige Lösung ist... Das ist meine Großmutter, die krank ist. Das ist meine Großmutter, die krank ist. Gut gemacht! Gut gemacht! Sind das die Aufgaben, die du heute gelöst hast? Das sind die Relativsätze, die sehr wichtig sind. Das sind die Relativsätze, die sehr wichtig sind. Machen wir weiter! Machen wir weiter! Das ist dein Freund, den ich nicht mag. Das ist dein Freund, den ich nicht mag. Hier sind die Fotos, die du gemacht hast. Was ist eine Sternfrucht? Das ist eine Frucht, die wie ein Stern aussieht. Das ist eine Frucht, die aus Südostasien stammt. Das ist eine Frucht, die sehr lecker ist. Das ist eine Frucht, die sehr lecker ist. Was ist ein Glückspilz? Das ist ein Pilz, der giftig ist. Das ist ein roter Pilz, auf dem weiße Punkte sind. Das ist jemand, der oft Glück hat. Das ist jemand, der oft Glück hat. Welches ist deine Lieblingsfrucht? Welches ist deine Lieblingsfrucht? Das ist die Banane, die so lecker ist. Das ist die Banane, die so lecker ist. Das ist der Apfel, der so erfrischend ist. Das ist die Ananas, die so lustig aussieht. Das ist die Ananas, die so lustig aussieht. Was ist ein Pechvogel? Das ist ein Vogel, der in schwarzer Farbe gebadet hat. Ein Pechvogel ist eine Person, die immer Pech hat. Das ist ein Tier, das wie ein Vogel aussieht, aber nicht fliegen kann. Das ist ein Tier, das wie ein Vogel aussieht, aber nicht fliegen kann. So, jetzt machen wir ein kleines Quiz. Welches Pronomen fehlt? Der Bruder viel lernt, hat gute Schulnoten. Der Bruder viel lernt, hat gute Schulnoten. Die richtige Antwort ist der. War deine Antwort richtig? War deine Antwort richtig? Sehr gut! Kannst du mir bitte den Salat, der neben dem Teller steht, geben? Das Steak, das ich letzte Woche bei dir gegessen habe, war köstlich. Das Steak, das ich letzte Woche bei dir gegessen habe, war köstlich. Ich habe den Kuchen mit Erdbeeren gemacht, die in meinem Garten wachsen. Den Rotwein, den wir heute trinken, habe ich aus Frankreich mitgebracht. Das ist eine süße Spezialität, die aus Österreich kommt. Ist das der Mann, den du zu deinem Geburtstag eingeladen hast? Warum ist das Auto, das du gekauft hast, so teuer? Warum ist das Auto, das du gekauft hast, so teuer? Wo ist der Laptop, den Nicole mitgebracht hat? Wo ist der Laptop, den Nicole mitgebracht hat? Hat Pascal das Geschenk, das er gekauft hat, zu Hause gelassen? Hat Pascal das Geschenk, das er gekauft hat, zu Hause gelassen? Ist das der Mann, in den Nicole sich verliebt hat? Rot ist die Farbe, die mir am besten gefällt. Rot ist die Farbe, die mir am besten gefällt. Das Buch, das ich bekommen habe, ist nicht interessant. Das Buch, das ich bekommen habe, ist nicht interessant. Die Studentin, die seit kurzem hier wohnt, feiert heute ihren Geburtstag. Das ist die Frau, die ihren Flug verpasst hat. Die Tanzschule, die ich besucht habe, wurde leider geschlossen. Die Tanzschule, die ich besucht habe, wurde leider geschlossen. Das waren die Beispiele, die du heute lernen konntest. Das waren die Beispiele, die du heute lernen konntest. Jetzt machen wir noch zwei Aufgaben, die du lösen sollst. Jetzt machen wir noch zwei Aufgaben, die du lösen sollst. Aufgabe 1 Wo ist die Stadt? Deine Mutter so liebt? Aufgabe 1 Wo ist die Stadt? Deine Mutter so liebt? Aufgabe 2 Bilde einen Relativsatz. Aufgabe 2 Das ist mein Freund. Er kommt aus Kolumbien. Aufgabe 2 Das ist mein Freund. Er kommt aus Kolumbien. Schreibe die richtige Lösung in die Kommentare. Schreibe die richtige Lösung in die Kommentare.